herzlich willkommen sehr verehrte damen und herren hier heute aus dem studio haben in hamburg der cbau mein name ist peter friemert ich freue mich sie heute herzlich begrüßen zu können zu unserer vierzehnten ausgabe unserer jahreskonferenz effiziente gebäude ja zunächst mal vielen dank für die vorredner und auch dafür dass wir uns hier einmal vorstellen dürfen kurz für den roten faden unseres vortrags er dauerte so ungefähr auch eine halbe stunde wie bei den vorrednern ich werde so ein bisschen vorweg einmal erklären wo wir so herkommen was wir um die immobilie herum noch alles bewegen damit man auch unseren ansatz so ein bisschen besser nachvollziehen kann und im zweiten teil wird dann mein geschäftspartner lasso sich kahl noch mal an unserem aktuell entstehenden projekt zeigen anhand der grundrisse wie unsere konzept überlegungen sich dann auch in die realität umsetzen ja ganz kurz vorweg wir wie schon eingangs ja in der öffnungsrunde sagte sind kaufleute das heißt wir kommen nicht ursprünglich aus dem bauhandwerk und sind damit sozusagen auch mit einem anderen mindset die konzeptionierung von immobilien herangegangen und wir sind auch sehr stark fokussiert in unserem vorgehen schön vielen dank las für dieses bild ich hoffe es schafft einigermaßen entspannung das war jetzt gerade die schöne insel fehmarn hier im kreis aus holstein wie gesagt sie kennen es vielleicht aus ihren urlauben an der ostsee wenn sie hier sind freuen wir uns natürlich und das ist teil unserer fokussierung also wir sind ganz klar regional ausgerichtet auf den kreis aus holstein in dem ja sehr viel passieren wird mit der welt querung die in den nächsten jahren kommt und auch auf umliegende kreise ich sag mal so das gebiet nordöstlich von hamburg das ist der bereich wo wir uns bewegen das ist die regionale fokussierung der andere teil unserer fokussierung liegt klar auf dem neubau hat damit zu tun dass wir hier sicherlich auch noch mal eine andere gebäudestruktur als im übrigen stark verdichtet in deutschland haben wir haben hier ja doch noch relativ viel platz natürlich auch im älteren baubestand und sind dort auf das thema mehrfamilienhaus fokussiert weil wir einfach sagen das ist auch ein ressourcenschonender ansatz wenn man neu baut wir gucken uns insbesondere in b lagen grundstücke an wo ältere einfamilienhäuser draufstehen das sind überwiegend grundstücke die so 1000 2500 quadratmeter grundstücksfläche haben wo man schon sehr gut aus unserer sicht mehrfamilienhaus bauen kann die art und weise wie wir bauen ist auch relativ klar festgelegt wir bewegen uns in der gebäude klasse 3 das heißt dreigeschossig da ist für uns so das ende der fahnenstange und gucken darauf dass wir quadratisch praktisch gut bauen das heißt wir haben den anspruch natürlich kosteneffizient zu arbeiten und auch energieeffizient dazu sage ich gleich noch mal was aber letzten endes auch ein ein gebäude zu schaffen das sich in die umgebung ein findet und letzten endes auch wohlbehagen verursacht das heißt also wir bauen überwiegend in massiver bauweise weil wir ein freund davon sind nicht zu viel technik und auch zu viel folie im gebäude zu verbauen und das führt dazu dass wir uns aktuell ganz klar darauf konzentrieren massiv zu bauen allerdings auch wie in den vor trägen auch interessant erwähnt in der hohen seriellen vorfertigung wir arbeiten mit fertig teilen aus für wände und decken wir arbeiten zum beispiel bei den wänden zusammen mit dem hersteller tingle das dänisches unternehmen gehört zu reidelberg cement die aber auch ein werk in berlin haben wir haben schon mit beiden werken zusammengearbeitet und sind sehr überzeugt von dieser art und weise wände zu stellen weil man die hohe vorfertigung hat man hat kostenvorteile und natürlich auch insbesondere hat man vorteile in der bauzeit und da elektroleitungen schon eingebaut sind und man durchbrüche vorplanen kann gibt es natürlich keinen putz mehr im gebäude das heißt die baufeuchtigkeit ist ein an der stelle auch optimiert das gleiche tun wir mit decken wir sind das erste mal jetzt bei unserem aktuellen projekt in lütjenburg da bauen wir in zwei mehrfamilienhäusern viereinhalb tausend quadratmeter wohnfläche lütjenburg liegt bei hovacht in der nähe von kiel und dort haben wir das erste mal jetzt mit spannbeton decken gebaut sind halt auch fertig teile deshalb auch der zusatz in unserem vortrag dw systembau wir haben uns dort mit dem lieferanten dw systembau beschäftigt und sie nachher auch beauftragt die röhren spannbeton decken haben natürlich auch gewisse ressourcenvorteile als dass sie wesentlich weniger stahl und auch beton brauchen und in ihrer vorfertigung auch sehr schnell auf der baustelle verarbeitet werden können das heißt wir sprechen immer davon wir bauen schuhkartons mit vorgestellten balkonen unseren schuhkarton mit für ein mehrfamilienhaus jetzt mit 2500 quadratmetern haben wir innerhalb von neun wochen aufgestellt inklusive sohle und erdarbeiten dann beginnen natürlich fenster und fassaden und das ist für uns eine bauweise die wir sehr schätzen als dass wir sehr gut mit dem bau durch das jahr durchkommen und innerhalb eines jahres werden wir dieses gebäude mit 28 wohnenheiten in dieser art und weise fertig stellen komplett fertig stellen und dann auch mit diesem gebäude in die vermietung gehen im eigenbestand das ist ja auch ein thema das uns bewegt in unserer region ist es halt so dass die preise hier sehr stark explodiert sind die sind deshalb so stark explodiert weil wir natürlich sehr viele touristische lagen haben und das führt dazu dass die baupreise enorm gestiegen sind gemeinden hier an der ostsee haben das problem dass häufig dann ja gut betuchte touristen die hier natürlich herzlich willkommen sind das ist gar keine frage mit einem guten budget dann auch sich entsprechend diese hohen preise leisten können allerdings die kommunen darunter mehr und mehr leiden weil die bürgerzahlen nicht steigen weil eben die normalen bürger hier in ostholstein sich häufig gar nicht mehr den wohnraum gemietet und schon gar nicht gekauft leisten kann ja das war unser ansatz zu sagen an dieser stelle wollen wir anders agieren wir wollen fokussiert agieren wir sind ein ganz kleines unternehmen das unternehmen besteht aus last ulrich karl und mir das sind die beiden köpfe wir haben keine angestellten wir sind sehr tief in den themen drin die wir bewegen und wie wir schon eingangs sagten ist es so dass wir insbesondere kaufmännisch an diese themen dann kann man sagen okay wir gehen nur über die kaufmännische seite vor und vergessen die qualität dem ist nicht so also wir sind schon der meinung dass wir sehr qualitativ hochwertige gebäude schaffen und das auch in einer engen zusammenarbeit mit regionalen handwerkern die dann abseits der vorfertigung für uns agieren und mit denen wir auch schon mehrere jahre zusammenarbeiten ja vielleicht mal hier jetzt gerade auf dem bild gesehen das ist unser projekt brodi aus großen brude das ein stück weit unsere konzeptionellen überlegungen schon mal zeigt großen brude ist ein ort hat eine zweiteilung hat auch die küste unten an der promenade wo die preise auch sich oberhalb von 6 bis 8000 euro pro quadratmeter mittlerweile bewegen und wir schon anfangen bei der lage unserer projekte sehr genau darauf zu gucken wo wollen wir uns positionieren und wir gehen nicht in diesem wettbewerb millionen für ein grundstück auszugeben sondern sie gehen ganz bewusst in b lagen das tun wir auch aktuell mit unserem projekt in lütjenburg das eine konversionsfläche wo eine kaserne abgerissen wurde und neues ein neues wohngebiet aus reinfamilienhäusern und mehrfamilienhäusern entsteht und insofern haben wir es hier auch in großem brude so gemacht wir sind in die b lage gegangen gegenüber der kirche in den dorfkern und haben dort dann ein altes bestandsobjekt abgerissen auf 1700 quadratmetern grundstück dort haben zwei ältere herrschaften gewohnt die haben das geld des kaufpreises genommen und sich ein neues haus im ort gekauft insofern sind diese bürger dem ort nicht verloren gegangen und wir konnten jetzt auf diesem grundstück den altbestand abreißen und ein gebäude mit 1400 quadratmetern und 16 wohnheiten schaffen das haben wir auch im einvernehmen mit der gemeinde gemacht wir haben uns nicht so positioniert es war ein bauträgerprojekt so positioniert dass wir sagen wir gehen hier in das thema ferienwohnung sondern wir haben von vornherein gesagt wir werden hier wohnraum schaffen für käufer die hier ihren zweitwohnensitz haben das heißt also die fluktuation im gebäude ist sehr überschaubar und es haben sich dort menschen gefunden die entweder jetzt schon in das gebäude als dauerwohner reingezogen sind oder sie es perspektivisch tun wollen und insofern haben wir mit diesem projekt bodi in großem brude denke ich alle interessen bedient und haben aus unserer sicht ein ansprechendes gebäude geschaffen was sich preislich auch sehr gut im markt bewegt hat ja dann vielleicht einmal kurz darauf geschaut wie gehen wir beim kostenoptimierten bauen vor welche grundüberlegungen herrschen bevor wir dann handeln und als ein großer aspekt die belage die habe ich gerade schon benannt wir stellen einfach fest die belage wird viel viel interessanter in diesen tagen weil dort mehr ruhe herrscht aber auch die preise noch anders sind und viele auch aus dem erweiterten bundesgebiet jetzt den norden suchen um aus den wärmeren regionen im sommer die scheinbar doch sehr belastend sind und auch aus den sehr verdichteten regionen den norden suchen und ganz bewusst in diese belagen gehen wo man noch infrastruktur findet ein ortskern einen städtischen kern hat aber doch nicht dann in den hotspots direkt an der ostsee positioniert ist wenn man möchte kann man die sehr einfach kurzer strecke erreichen aber die ortschaften liegen in aller regel so 10 15 kilometer von der wasserlinie entfernt und das ist der erste punkt wo wir sagen beim grundstück steigen wir schon mit überschaubaren kosten ein das zweite ist bei der konzeptionierung bei der planung des projektes haben wir zwei punkte die wir komplett ausklammern wir klammern den gu aus und wir klammern auch den architekten aus was nachher das thema baufortschritt bauüberwachung angeht diese teile übernehmen wir selbst wir sind selbst auf der baustelle wir sind selbst mit unseren gewerken sehr eng im austausch wir sind für alle am bau beteiligten direkt ansprechbar und das ist auch soweit gedient dass wir zum beispiel einem architekten für die bauantrags- und ausführungsplanung im prinzip eine saubere vorplanung aus unserer konzeptionierung heraus geben mein kollege las ulrich kahl der hat sich sehr tief in architekten software eingearbeitet und es letzten endes in der lage lagepläne auszulegen und gesamte gebäude so dass wir von vornherein über die kostenschiene die struktur des gebäudes dermaßen bestimmen dass im prinzip ein architekt jetzt nur auf die formalen bauantrag und bau genehmigung abarbeiten muss und mit diesem ansatz auch wenn viele planer jetzt im forum sind hoffe ich dass wir das nicht übel nehmen wir müssen halt über kosten nachdenken und mit diesem ansatz dass wir die planung sehr reduzieren und auch kein die uhr an bord haben sind wahrscheinlich schon 30 prozent der weichen kosten aus den baukosten raus und das war für uns in den ersten jahren wir machen das jetzt seit 2018 sehr erstaunlich was sich da auf der kostenseite dann abspielt und insofern haben wir gesagt diesen weg werden wir so auch sehr klar weiter verfolgen ja dann zum vorgehen mit unseren handwerkern wir brauchen natürlich trotz serieller vorfertigung noch sehr viele handwerker und dort stützen wir uns auf regionale unternehmen häufig auch sehr klar auf unternehmen die eine größe haben 10 maximal 20 mitarbeiter wo die unternehmer selbst noch teilweise mit auf der baustelle sind teilweise aber dann direkt der ansprechpartner für uns sind und bei der konzeptionierung der gebäude lassen wir natürlich unser eigenes mindset einfließen aber wenn es nachher um das thema operativ und qualität geht dann hören wir handwerkern sehr genau zu weil wir wissen das sind diejenigen die es tagtäglich machen die sehr viel erfahrung sammeln und gesammelt haben und die häufig auch sehr gute ideen dazu haben wie man kosteneffizient bauen kann ja dann vielleicht mal kurz zum erweiterten unternehmens spektrum das wir bewegen das thema immobilie ist ein thema was lauf osich karl und ich zusammen bewegen wir gehören aber als zwei von vier gesellschaftern zur baltic gruppe die in neustadt in ostholstein sitzt und sich dort mit dem thema erneuerbare energien sehr intensiv auseinandersetzt wir sind positioniert in den bereichen photovoltaik bau auslegung kombiniert mit entsprechenden elektrospeichern aber auch der ladeinfrastruktur ein weiterer teil ist dass wir windkraftanlagen bauen und natürlich mit diesem know how auch unsere immobilien ausstatten was dazu führt dass wir natürlich keine fossilen energieträger mehr haben und dass wir in der gebäudestruktur und im energiekonzept auch sehr fokussiert aufgestellt sind das heißt wenn es um das energiekonzept geht arbeiten wir schon seit 2018 mit wärmepumpen und fußbodenheizung so konzessioniert dass wir auch natürlich die photovoltaikanlage auf dem dach haben die in aller regel das ganze haus versorgen kann teilweise im winter muss man natürlich noch ein bisschen strom dazu kaufen das führt aber dazu dass wir in der gesamten wirtschaftskette die wir denken aus dem bereich erneuerbare energien und das in das gebäude hineintragen dass wir da jetzt auch am nabel der zeit sind dass wir mieter strommodelle und sowas schon alles umsetzen wo andere jetzt gerade anfangen da sind wir schon voll in der büt und setzen projekte um und können es dem markt anbieten auch zu diesem thema nachher an dem beispiel von lütjenburg wird las noch mal was auch zu dem thema mieter strommodell sagen ja die technik ist das eine die struktur das andere im gebäude wir arbeiten dann im gebäude mit wohnungsübergabestationen das sind klagestationen die wir jetzt verbauen dort ist es so dass wir dann natürlich im gebäude für die warmwasserbereitung keine puffer wärme mehr vorhalten sondern über einen wärmetauscher in der wohnungsstation das warmwasser für die nutzer vorgeheizt wird und dadurch schon 35 grad in der wohnung ankommen und wer dann noch möchte und wärmeres wasser haben möchte der kann durch den zentralen durchlauferhitzer mehr wärme sich erzeugen lassen in den bädern dem energiekonzept geschuldet verbauen wir nur duschen ich selbst bin familienvater mit drei töchtern und einer frau im laufe der zeit festgestellt wir haben badewände im haus sie werden nicht genutzt und insofern ist es auch nur konsequent und in diesen zeiten insbesondere dass man duschen verbaut um dort auch den energieverbrauch für das warmwasser deutlich zu reduzieren wir verbauen in unseren objekten keine lüftungsanlagen wir sind der meinung dass klassisch gebaute nicht folierte häuser der richtige weg sind und dass man auch nutzern meines eigentümer oder mieter auch zu muten kann gebäude zu lüften und dafür das fenster aufzumachen und insofern sind wir an der stelle was die technik an die sehr reduziert das versuchen wir auch trotz kfw vorgaben das aktuelle objekt von dem kfw 55 da war es ja noch einigermaßen möglich in der technik abgespeckt zu bauen sehr reduziert weil wir wollen nicht zu viel technik die anfällig ist wir verbauen auch aktuell keinen fahrstuhl auch da kann man nutzern zumuten dass die treppen gehen weil letzten endes diese technik die kosten hoch zieht und die betriebskosten eben auch ja wir bauen dann auch keinen keller auch das ist opfer unserer kaufmännischen konzeptionierung wir bauen außenliegende separate abstellgebäude oder im im gebäude das sehen sie gleich noch mal den grundrissen abstellräume und wir stellen vor das gebäude vorstellbalkone es hat mehrere vorteile baukosten sie haben mit der wassereindringung und dem wärmeschutz des gebäudes vorteile und letzten endes dadurch auch schon einen konstruktiven wärmeschutz als schatten wirkung von diesen balkon und insofern glauben wir auch da dass wir auf dem richtigen weg sind ganz interessant fand ich jetzt bei den vorrednern dass diese themen pv auf dem dach wärmepumpe vorstellbalkone in diesen bildern in den ausführungen schon zu sehen waren und insofern fühlen wir uns dann natürlich auch auf diesem weg bestätigt das sagt uns auch der markt ja dann wäre jetzt so an meiner am einvortrag hier der punkt wo ich den staffelstab an dich übergeben würde und sage noch mal vielen dank in die runde ja vielen dank michael dann will ich mal einsteigen mit dem thema praktisches tun vieles hat michael schon erläutert wir haben hier genau dieses projekt in lütchenburg wir haben uns bei allen grundrissen die wir machen an das thema quadrat gehalten beim quadrat ist ja in der regel gegenüber dem rechteck der umfang der einzusetzenden materialien gegenüber dem flächengewinn größer und insofern haben wir das bei unseren grundrissen und auch bei der flächennutzung entsprechend beachtet in der gebäudekubatur dann daran allerdings auch geachtet dass nicht unsere mieter am ende wie die hühnchen auf der stange sitzen haben also auch die quadrate versetzt ich komme gleich noch zu den grundrissen hier sehen wir auf der visualisierung sehr schön die vorstellbalkons die vorstellbalkons verhindern natürlich dass wir irgendwelche wärmebrücken mit dem haus haben irgendwelche wasserübergänge das ganze pariert das wasser fließt im balkon selbst ab und wir kommen dann halt auch dazu dass wir möglichst übereinander bauen alle wände übereinander das heißt wir bauen eine an einen anbau immer der den staffelgeschoss anteil abdeckt und haben den großteil des gebäudes aber alle wände übereinander das macht es statisch und von den wänden dann auch einfacher gehen wir mal in das thema rein wie setzen wir denn am ende grundrisse um ein wesentlicher teil mich ja ich nehme das jetzt mal hat mich ja schon in dem ansatz erwähnt es gibt ja zwei möglichkeiten zu bauen einmal die spannbeton fertig decke die eine relativ preiswerte variante ist aber eben nur preiswert ist bis zu einer gewissen höhe man kann sie bis zu 45 zentimeter hoch bauen dann wird sie allerdings signifikant teurer wir versuchen immer in diesen 15 zentimeter bereich zu bleiben da kann man so etwa 8 meter 50 mit abdecken und hat gegenüber der normalen fertigelement oder filigran decke den signifikanten kostenvorteil von fast 50 prozent und das hat dann unsere grundrisse auch entsprechend dominiert wenn man jetzt unsere grundrisse sieht haben wir hier versucht überall das was teuer ist zu verteilen ein teures element ist beispielsweise ja immer das treppenhaus wir haben versucht große und kleine wohnungen zu kombinieren hier 70 quadratmeter wohnungen 100 quadratmeter wohnungen und haben darauf geachtet dass aber jede wohnung einen balkon hat und wir sehen die kleinen wohnungen sind als quadrat ausgeprägt also sie sehen immer quadrate bei uns um eben den flächeninhalt gemessen an den umfängen also den baukosten für wände zu verringern das hat auch beim treppenhaus sehr sehr gut funktioniert wir schaffen es tatsächlich vier statt normal zwei oder drei wohnungen an einem treppenhaus zu bauen bauen wir also drei etagen haben wir zwölf wohnungen an einem treppenhaus das heißt ich verteile etwa 70.000 euro für ein treppenhaus auf zwölf wohnungen zudem haben wir dann versucht alle möglichen flure gänge et cetera massiv zu verkürzen heißt wir haben an dieser stelle wirklich die anschlüsse so gelegt dass der fluranteil der wohnungen absolut gering ist gehe mal einfach auf die auf die wohnungsaufteilung an sich das müsste man jetzt sehr gut sehen können man sieht also dass hier in diesem gesamten bereich erstmal lineare wandstrukturen sind diese linearen wandstrukturen haben wir dann noch aufgebrochen in diesem beispiel das war der erste bau in lützchenburg haben wir die wände noch längs gelegt werden sie in zukunft quer legen haben bei diesen wänden tatsächlich jetzt die wand die man jetzt vertikal hoch gehen sieht das heißt wir haben vier tragende wandstrukturen und haben auch in dem ganzen gebäude oder in dem einzelnen gebäudesegment nur zwei grundleitungen für das abwasser das heißt wir führen zentral zusammen alle wc anlagen liegen übereinander haben trotz alledem modernen bau und haben es an der stelle tatsächlich geschafft hier auch eine 100 quadratmeter wohnung mit gästeklo und waschmaschine trockner im separaten bau entsprechend zu realisieren das heißt wir haben das ganze paket kostenmäßig optimiert und damit das ganze nicht nur aus beton besteht haben wir tatsächlich die innenwände aus blähton ausführen lassen der blähton führt zu einer atmungsaktivität der wände und bindet eben auch den wasseranteil in der luft und gibt ihn dann entsprechend wieder ab ähnlich wie eine holzwand ist ein ganz fantastisches baumaterial führt auch in einem wo die tragenden wände aus beton ausgeführt sind zu einem vernünftigen raum klima das sich drastisch von der reinen betonbauweise abhebt und gibt dem ganzen eben entsprechend einen qualitativen vorteil und führt dazu auch dass das der luftaustausch in so einem gebäude deutlich optimiert ist wir haben bei allen sachen wie wie bei den wänden wo wir gerade strukturen nach möglichkeit verwenden lange strukturen bei den decken wo wir spannbeton und spannbeton decken verwenden haben wir auch weiter gedacht bei allem was dann über das dach hinaus geht wir haben also möglichst eine zusammenhängende fläche wie gesagt für das staffelgeschoss gebaut weil auf den keller komplett verzichtet wir haben an dieser stelle allerdings auch nur standard fenster anlagen verbaut das heißt das was der markt anbietet und wir bieten nicht wer weiß wie tiefe boden tiefe fenster an wie der moderne bau ist eigentlich oft vorstrahlt sondern wir haben gesagt wir nehmen dort sachen von der stange was uns auch noch einen signifikanten preisvorteil im bereich fenster gebracht hat und kommen dann an der stelle zu einem punkt wo wir dann gesagt haben so jetzt müssen wir den mietern eigentlich das thema nebenkosten wie wir das gerade im sanierungsbereich gesehen haben wir müssen in dem preisbereich nebenkosten was tun und was liegt näher als photovoltaikanlage und wärmepumpe und das hat dann dazu geführt dass wir eben auch der gesamten struktur des gebäudes natürlich mit der photovoltaikanlage angefangen haben natürlich kommt ein batteriespeicher rein aber wir speichern eben nicht nur die stromsäte wir speichern auch thermisch das heißt wir speichern also für die wärmepumpe dann auch noch warmwasser das heißt wir speichern sowohl in wärme als auch in ein bisschen energie und können das gebäude so relativ gut puffern michael kohlmann hat gerade das thema klagestationen oder wohnraumstationen erwähnt wir sparen die zirkulationsleitungen leitung auf der warmwasserseite das machen wir dann tatsächlich per wärmetauscher und kleinen durchlauferhitzer in der wohnung hat auch was damit zu tun dass wir dann das thema legionellen et cetera komplett ausblenden können für die einzelwohnung so will man wenn man diese gebäude konzepte entsprechend in seine wohnungen einbaut das haben wir gerade so am rande auch gesehen schon mal in den vorrednern muss man sich auch dann gedanken machen wie baue ich ein dach und man kann jetzt das dach als sandwichpanel ausführen man kann natürlich auch dachziegel drauflegen aber bei dachziegeln habe ich natürlich den riesen aufwand wenn ich eine photovoltaikanlage aufbaue dass ich da jede dritte vierte ziegel einschlitzen muss letztlich ist es teuer und die dachstruktur wird letztlich durch die photovoltaikanlage überbaut wir haben uns dazu entschieden die oberste decke mit einer dünnen röhrenspann decke zu überziehen und einen brettbinder dachstuhl aufzubauen den wir am ende abschließen mit einem 0,75er blech warum tun wir das das 0,75er blech hat für uns den vorteil dass wir das gestellt für die photovoltaikanlage direkt aufbringen können und spart gegenüber einem dachziegeldach erhebliches geld ein was aber am ende zu keinem qualitätseinbruch führt im gegenteil das blech ist sehr nachhaltig und sehr robust und eben die photovoltaikanlage obendrauf was man allerdings bei einer photovoltaikanlage intensiv beachten muss und das darf man nicht vergessen viele architekten planer jeder guckt nur auf sein gewerk wir machen einen blick von oben und gucken uns alle gewerke an und das heißt die kombination der gewerke ist relativ wichtig weil wenn jeder überall dort eine dachentlüftung rausführt wo er denn gerne möchte an dem badezimmer dann kommt es natürlich dazu dass man die photovoltaikanlage am ende um lüfter herum bauen muss wir haben uns dazu entschieden was sieht man sehr gut auf diesem bild alle lüfter oben in der dachmitte herauszuführen so bleibt uns die komplette dachfläche für das thema photovoltaik und energienutzung was zum ergebnis führt dass wir wenn wir die lüfter nach innen legen wir am ende bei diesem dach in nötchenburg 26 mehr module hätten als wir nicht gemacht haben wir haben im dachstuhl dann in falten schläuche und hohe investiert um die entlüftung schütteln dann in die mitte zu legen hat aber hier wenn man daran denkt und man muss direkt während der bauzeit dran denken entsprechende optimierung des daches und man darf es auch ruhig aussprechen auch optisch sieht eine geschlossene photovoltaikanlage signifikant besser aus als eine photovoltaikanlage mit lauter unterbrüchen so dass wir bei der energielösung tatsächlich das thema beachten wie kommen wir eigentlich vom obersten dach zum zum photovoltaik teil und ich habe dann auch den übergang für die wohnungen gelöst für das thema brandschutz und schall durch die röhren spanndecke wir hatten ursprünglich auch über sandwichpaneele nachgedacht haben wir gerade in dem sanierungsteil gesehen dann habe ich aber eben den sanierungsteil den den wohnungsteil müsste die dach führen das haben wir nicht gemacht wir haben tatsächlich durch die röhren spanndecke hier eben den günstigen abschluss geführt und dämmen dann oberhalb der obersten decke so dass die blechdecke nicht mehr gedämmt werden muss und man hat bei dem blechdach das zusätzliche momentum noch dass man tatsächlich beim gestell auch noch auf verschraubtes kurz gestellt rausgehen kann spart dann noch etwa zehn euro pro watt peak was ich an photovoltaikanlage baue ja und dann sind wir auch schon mal dem thema wie betreiben wir denn photovoltaikanlagen auf mehrfamilienhäusern der gesetzgeber hat das sehr kompliziert gemacht mit dem ganzen thema mieterstrom jeder mieter muss überall einkaufen können und ich muss es dann als energieversorger liefern können wenn ich denn das große mieter strommodell nehme in lüttchenburg hätte dieses modell nicht funktioniert weil das große modell für das thema strom aus der photovoltaikanlage als mieterstrom sagt ich bin bei 100 kilowatt peak am ende wir haben hier eine anlage die hat 138 kilowatt peak das heißt signifikant drüber wenn wir das flachdach noch überbauen sind über 150 diese würde unter mieter strommodell schon nicht funktionieren und ich kann eben auch meine mieter nicht koppeln an den mietvertrag hier das thema strombezug bei uns zu nehmen und wir haben ja den großen vorteil für die mieter was seit dem ersten siebten jetzt passiert wenn wir strom an den mieter verkaufen braucht ja keiner mehr umlage auf den eigenverbrauch zahlen das wäre hier bei dem modell durch so dass wir sagen der strom von der photovoltaikanlage wird in folgenden stufen bei uns verwendet erste stufe ist die wärmeproduktion im haus durch die wärmepumpe der zweite punkt ist die allgemein stromversorgung damit habe ich auch das thema eigenverbrauch in dem gebäude noch und dann kommt eben das thema wie gehe ich denn in das thema an die an die mieter und da bei dem kleinen mieter strom konzept haben wir eben durch den unmittelbaren räumlichen zusammenhang den vorteil dass wir eben die pflicht zur des grundversorgungstarifs die zehnprozentige unterbietung des grundversorgungstarifs ein halten zu müssen ebenso wie die förderung eben auf 50 prozent des gesamtvolumens einzuschränken wir können die komplette UV-anlage zur mieter strom nutzung verwenden und können auch die bieter selbst abrechnen und durchleiten also das generelle problem umgehen dass wie bei dem großen mieter strommodell dass das eigentlich nur ein stadtwerk oder ein energieversorger oder energiehändler machen kann weil nach dem großen mieter strommodell würde ja der betreiber einer photovoltaik anlage der dann den strom seinen mietern noch zur verfügung stellen muss und auch sauber abrechnen muss immer zum vollstrom lieferant und das gilt es für uns zu umgehen weil wir dann natürlich eben alle auflagen auch eines vollstrom lieferanten erfüllen müssen bietet sich für gerade für genossenschaften und ähnliches an dieses kleine mieter strommodell zu benutzen und man verkauft eigentlich nur den photovoltaik strom an seine mieter und das ganze muss über ein zertifiziertes abrechnungsmodell erfolgen da muss man tatsächlich sagen der aufwand für das große mieter strommodell wäre hier zu hoch gewesen so dass wir uns hier für eine reine ergänzungsstrom lieferung entschieden haben das heißt wir liefern dem mieter in unserem mehrfamilienhaus in lütjenburg den photovoltaik strom und ein anderer stromanbieter klammer auf vielleicht lokale stadtwerke mit denen man einen vertrag schließt liefert dann den ergänzungsstrom macht das messkonzept und rechnet ab ja kommen wir nochmal zum thema wärmepumpe abschließendes momentum die wärmepumpe gibt es in mehreren konzepten wir haben uns bei unserem konzept für eine getrennte wärmepumpe entschieden das heißt wir haben das außenmodul draußen stehen den kompressor aber innen stehen das hat was auch mit dem thema sicherung der technik zu tun man muss ja auch immer mit vandalismus rechnen das heißt wir haben eigentlich nur ein dummes außen gerät draußen stehen und kommen dann an der stelle zudem zu dem thema dass wenn an dem gerät was beschädigt wird ist es nicht so teuer als wenn der komplette kompressor draußen mit verbaut wäre was bei einigen anbietern tatsächlich der fall ist und hat dann eben deutlich größeren schaden als wenn das nicht der fall wäre so dass tatsächlich wir jetzt das thema wärmepumpe für uns optimiert haben einmal durch ein split level system und einmal durch das thema optimierung der außenanlage wir haben in dem haus in lütchenburg überlegt zunächst auch die wärmepumpe zur kühlung durch die fußbodenheizung zu nutzen haben uns dann am ende aber dagegen entschieden wäre eigentlich noch eine möglichkeit für den modernen wohnungsbau zusätzlich energie zu nutzen aber unter dem thema energie sparen und das lassen wir an der stelle aber unterm strich muss man sagen bei dem gesamtkonzept photovoltaik anlage wärmepumpe kommen wir schon zu einer deutlichen reduzierung der nebenkosten und gerade in jetzigen zeiten das hatten wir 2018 noch gar nicht so auf dem schirm kommen natürlich gegenüber gas zu jetzt zu einem signifikanten preisvorteil in der nebenkosten abrechnung ja was wird was wir zusätzlich noch gemacht haben ist wir haben noch einen speicher verbaut wir haben hier einen 50 kw speicher eingebaut der bringt uns eigentlich in dem mehrfamilienhaus im wesentlichen über die nacht und wir haben tatsächlich das ganze so ausgelegt dass das system schwarz startfähig ist also sprich wir liefern den mietern hier auch ersatzstrom sprich wenn das netz wegfällt läuft die pv anlage trotzdem weiter und der batterie speicher steht zur verfügung also auch ohne netz würden wir weiter aktionsfähig sein das vielleicht mal zur auslegung wie haben wir unsere sachen aufgebaut und bin dann eigentlich mit der präsentation auch soweit durch ich hoffe ich habe mich an den vorgegebenen zeitrahmen gehalten 15 49 wunderbar da haben wir noch eine minute zeit für fragen da können wir natürlich nicht mehr viel beantworten aber vielleicht haben sie die möglichkeit im anschluss noch mal kurz im chat ein bisschen zu schauen weil da kam so ein paar auch ganz direkte fragen an sie beispielsweise was denn so der quadratmeter bei ihnen kostet also die frage können wir glaube ich jetzt so nicht einfach beantworten aber so viel sagen unsere bank ist selbst erstaunt darüber zu welchen baukosten wir bauen und wir können 100 prozent finanzieren ja also das können wir glaube ich an der stelle auch nicht so im detail auflösen vielleicht geben sie uns noch mal im netz gleichen hinweis wo man bei ihnen genauer nachfragen kann das kam nämlich auch mehrfach schon die frage ein link zu ihrem unternehmen beziehungsweise vielleicht auch zu den projekten ja und ich glaube noch eine frage hätte ich aber ganz zum schluss nämlich zu den mieterstrom modellen sie haben ja diese verschiedenen optionen beschrieben wo und wie sie das haus mit dem dort produzierten strom auch versorgen können wie hat sich denn das in der praxis jetzt dargestellt sind sie insgesamt zu so einer art von vollversorgung im gesamten haus gekommen oder ist es noch ein bisschen bei einzelprojekten oder einzelwohnungen geblieben ein konzept mit dem wir jeden mieter versorgen können ich hatte ja gerade gesagt wir nehmen den kleinen mieter strom das heißt unsere mieter haben alleine durch den mietvertrag eine kopplung an die stromversorgung praktisch durch uns wir verzichten auf die 3,4 9 cent großes mieter strommodell und nehmen hier bewusst dass in kauf dass wir eine geringere förderung haben aber können damit alle mieter durch unser messkonzept versorgen und haben dann nur das thema dass wir den ergänzungsstrom eben von der straße holen aber alle mieter sind bei uns in das konzept eingebunden und wir haben einen zertifizierten messstellenbetreiber der ein software gestütztes messkonzept eingebaut hat mit dem wir mit intelligenten stromzählern den mietern auch natürlich regelkonform eine entsprechende abrechnung über den jeweiligen strommix auch geben können ja michael kohl morgen da ist uhrich karl herzlichen dank für ihren beitrag denken sie noch dran an den chat und die wiederholte frage nach der größenordnung und preisen vielleicht mögen wieder ja noch ein wort zu schreiben